Hi Leute, herzlich willkommen zurück auf meinem YouTube-Kanal und schaut mal, was ich euch heute mitgebracht habe. Wir haben heute eine Menge zu tun, denn es ist die strahlende Evoli-Box von Pokémon Go im Crossover mit dem Kartenspiel. Und wir haben hier drin 8 Booster-Pakete, eine Promokarte, die man hier sehr schön schon sehen kann, ein strahlendes Evoli. Und da oben haben wir, soweit ich sehen kann, noch einen Pin drin. Ich mache die jetzt hier mal auf und wir gucken mal, was da Schönes drin ist. Leider kann man die nicht öffnen, ohne sie wieder komplett kaputt zu machen. Deswegen schaut mal hier noch einmal rein. Eine Spielunterlage mit einer Illustration von Strahlendes Evoli, auch schön. Das habe ich gar nicht gewusst. Okay, könnt ihr einmal euch durchlesen. Und ja, ich glaube, das muss ich hier an der Seite wieder kaputt machen. Das ist immer sehr schade. Ich würde es lieber haben, wenn man die Box noch aufheben könnte. So, was haben wir hier drin? Oh, wir haben hier etwas, was ich auf keinen Fall euch zeigen werde. Nämlich eine Sammlung an Codes für Pokémon Go, die ich selber natürlich auch verwenden möchte für das Spiel. So, und ich habe gesehen, diese Spielunterlage. Ich habe gar nicht gewusst, dass es die im deutschsprachigen Raum hier gibt. Ich habe gedacht, die ist nur in Japan. So, hier haben wir einmal die Karte. Ich nehme sie mal raus, dass ihr sie auch mal sehen könnt. So, und ihr habt ihr sie. Einmal Fokus, eine richtig schöne Karte, richtig guter Effekt. Das wird die Kamera wahrscheinlich gar nicht so richtig aufnehmen können. Und die lege ich noch einmal ein. Und dann legen wir mit dem Rest los. Ich habe mir hier nämlich Hüllen bereitgelegt. Wir machen das hier heute ganz entspannt. Und nicht mit Eile. Ich werde schneiden, wenn es mal irgendwo, ja, hapert. Ich eine Box, wo ich hier so einen Booster nicht richtig aufkriege. Das werdet ihr denn schon sehen. So, und wir haben hier jetzt einmal für die ganzen Sammler unter euch, dass wir keinen Herzinfarkt zusammenkriegen. Ist in der Hülle drin, ist alles gesichert. Wir haben genug Hüllen zur Verfügung. Und wir haben hier eine Menge Booster Packs. Viere rechts. Und, ja, komm, viere links. Dann haben wir den Pin. Früher in meiner Kindheit habe ich ja Pins gesammelt. Mittlerweile ist das etwas eingeschlafen. Da hatten die auch noch gar nicht so diese schwarzen Gummidinger, sondern immer so eine, ja, Leichtmetall-Nupsis nenne ich sie jetzt mal. Richtig schöner Pin. Der kommt zu seinem Cousin, nämlich, ich hoffe mal erkennt es, ja, Axanthor. Auch ein neues Pokémon. Ein strahlendes Evoli, beziehungsweise Evoli gibt es ja jetzt schon Ewigkeiten seit der ersten Generation. So, und hierauf war ich gar nicht vorbereitet. Aber natürlich werde ich euch das nicht vorenthalten. Ich ziehe das mal hier ab. Das ist eine richtig schöne Matte. Und schaut mal, wer uns hier, boah, ist ja riesig, wer uns hier entgegenlächelt. Das könnte auch ein übergroßes Mauspad sein. Okay, das war auf jeden Fall das Geld schon mal wert. Ich habe wirklich nicht gewusst, dass da drin ist. Ich hätte es vorher vielleicht mal lesen können. Aber ich war so ein Kaufrausch. Ich habe das beim lokalen Händler bekommen. Sieht richtig gut aus. Einmal in die Kamera gelächeltet. Das wäre natürlich ein tolles Thumbnail. So, ist natürlich das strahlende graue Evoli. Ich weiß nicht, ob man es jetzt gut erkennen konnte. Gar kein Platz hier drüben. Ihr könnt gar nicht immer sehen, was hier alles für ein Chaos hinter mir herrscht. So, aber was ihr sehen könnt, ist, dass wir die acht Booster Packs haben. Und wenn er auch fokussiert, werden wir die jetzt nacheinander durchgehen. Aufmachen zusammen. Gucken, was sich da drin befindet. Ich habe schon mal eine Box aufgemacht. Ich habe das auch tatsächlich aufgenommen. War mir nur noch nicht sicher, ob ich es hochladen würde oder nicht. Habe es denn nicht hochgeladen, weil, ich sage mal, die Aufnahme war nicht so gut gelaufen, wie ich es gerne gehabt hätte. Nicht, dass es furchtbare Karten waren. Aber meine Stimme an dem Tag furchtbar war. Ich auch massiv übersteuert hatte. Das hat keinen Spaß gemacht. So, und jetzt müssen wir hier einmal zählen. Eins, zwei, drei, vier. Das war nicht gleich die besten Karten spoilern. Und wir haben Kampfenergie. Wir haben Spark. Den habe ich übrigens schon als Rainbow-Karte. Also da war ich richtig glücklich drüber. Shanera. Zatu. Und man siehe, hier ist Pokémon-Go-Symbol. Und ab und zu müssen wir mal da unten gucken. Immer auf die Karte raufschauen. Weil da kann ein Ditto-Symbol sein. Das heißt, man kann auch eine Karte bekommen, die ein Ditto ist. Habe ich bisher noch keine, würde ich mal gerne haben. Pikachu, Maskottchen. Richtig hochwertig dicke Karten übrigens dieses Mal. Das hatten wir schon anders erlebt. Ich erinnere nur an Kampfstile. So, dann haben wir Radfratz. Dann haben wir Gott. Dann haben wir Glumanda. Schön. Und wir haben als Reverse-Holo. Oh, Bisa-Sam. Sehr schön. Einen der Originals. Und unsere seltene Karte ist... Despotar. Mit Holo-Effekt. Aber das sollte hier, glaube ich, nichts Besonderes sein. Weil ich glaube, alle Karten aus diesem Set haben mindestens einen Holo-Effekt. Aber Despotar habe ich noch nicht. Sehr schön. Kommt hier mit hin. Ich werde euch auch sagen, wenn ich schon etwas habe. Zum Beispiel kann ich verraten, hier Bisa-Flor, Glurak und Turtog habe ich schon als Holo-Varianten. Also, wenn wir die drin haben. Ein schimmerndes Glurak wäre toll. Das gibt es nämlich hier auch. Ist auch eine der seltensten Karten, soweit ich sehen konnte. Aber Glurak ist halt... Ja, also wenn man Glurak irgendwo drin hat und der leuchtet ein bisschen, kann man sich schon sicher sein, dass man da eine sehr gute Karte gezogen hat. Eins, zwei, drei, vier. So. Wir haben Pflanzen-Energie. Wir haben gleich mal die Weiterentwicklung. Bisa-Knusp. Nochmal Spark. Ja, wenn ich ein Deck baue. Chalera gleiche. Kann man mal gebrauchen. Ja, ein Bidiffel. Die Karten werden sich auch sehr schnell wiederholen, weil da gibt es nicht so eine riesen Bandbreite. Ich gucke mal kurz drauf. Gibt ja 78 Karten. Hattet. Fokus. Vielleicht kann man es erkennen. Hat das Set nur. Also im Endeffekt gar nicht so viele. Da kommt häufiger das mal vor, dass wir ein Doppel ziehen. Lavita sieht auch sehr gut aus. Griffe auch. Allgemein finde ich, haben die bei Pokémon Go echt schöne Artworks hier genommen. Wir haben Gott nochmal in einer Reverse-Holo-Form. Und unsere seltene Karte ist Melmetal V-Max. Super. Habe ich noch nicht. Gleich eine Top-Karte hier gezogen. Gott ist es. Ihr könnt ja das Artwork mal bewundern. Ich muss es mal kurz zur Seite nehmen. Okay. Ja. Ist Melmetal, aber nicht so einfach zu erkennen auf dem Artwork. Aber, kommt gleich in die Hülle. Richtig gut erfunden. Gleich bei der zweiten Karte. Beziehungsweise im zweiten seltenen Booster. So. Gut. Kommt hier mit rüber. Das werden wir nachher noch einmal uns alle hinlegen. So. Dann haben wir jetzt 6 noch vor uns. Und ich bin erstmal schon guter Dinge, weil es doch gar kein schlechter Schnitt, schon beim zweiten Mal eine gute Karte drin gehabt zu haben. 1, 2, 3, 4. Umgedreht. Jetzt haben wir mal Stahl-Energie. Pupita, glaube ich, habe ich noch nicht. Shania haben wir jetzt dreimal. Haben wir schon das Set komplett. Spark auch. Können wir ein Deck draus bauen. Oh, nichts hatten wir noch nicht. Weiß ich nicht, ob ich die schon hatte. Felskrab und wütendes Winden. Okay. So. Dann haben wir wieder den Original Glumander. Gott lässt sich heute sehr häufig hier blicken. Ich hoffe, der Algorithmus reagiert nicht, wenn ich den hier so nenne. Nicht, dass dann irgendwo anders angezeigt werde. So. Reislaus hatten wir heute auch noch nicht. Dusselgur. Den hatte ich leider schon ein paar Mal. Unsere Reverse-Solo ist Natu. Schöne Karte. Und. Was kriegen wir? Wir kriegen Lapras. Die habe ich schon. Die kommt in den Tauschordner. Aber auch schönes Artwork. So ein Hintergrund. Erinnert mich so ein bisschen an Venedig. Ich bezweifle, dass es überhaupt Venedig ist. Das sieht eher aus wie. Naja, doch. Doch. Die Gebäude. Wartet. Ich halte das mal in die Kamera. Lass ihn fokussieren. Komm schon. Äh. Könnt ihr mir mal sagen, was ihr denkt. Was das im Hintergrund so sein soll. Für mich sieht es so ähnlich aus wie Venedig. So. Tauschkarten. Komm. Dahin. Oh. Fünfe haben wir noch. Das. Wenn das durch ist, sind wir auf der Halbzeit. In der Halbzeit. Ja. Wenn man diese Videos hier aufnimmt. Man hat langsam verlernt, richtig gutes Deutsch zu sprechen. Ich müsste mal an einem Spiegel üben. So. Äh. Die Code-Karten lege ich eigentlich immer gleich weg. Also. Nicht wundern, wenn ihr die nicht zu Gesicht bekommt. Hier. Also es sind auch immer Code-Karten mit drin. Eins. Zwo. Drei. Vier. Wir haben. Feuer. Wir haben. Okay. Spark. Langsam wirst du mir unheimlich. Fokus. Ariadus. Habe ich noch nicht. Oh. Wir haben endlich mal Blanche. Oder wie wir Deutschen sagen würden. Blanche. Und. Die hätte ich auch gerne noch in einer Full Art Edition. Wir haben wieder. Ja. Dieses Mal kann ich nochmal Dietzer nennen. Dann haben wir Carapador. Schönes 3D Artwork. Ich finde das ist auch gut gemachtes 3D. Also das gefällt mir. Gab schon wesentlich schlimmeres. Griffel. Meltern. Okay. Jetzt haben wir auch mal eine Vorentwicklung zu der Karte von vorhin. Shigi. Jetzt haben wir die Originals komplett. Jetzt haben wir noch Amidiffel als Reverse Holo. Schön. Als Reverse Hex auch noch nicht. Und unsere Se... Oh. 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 Und es ist sogar das alternative Artwork. Klasse. Seht ihr Leute. Da kann man mal. Da hat man mal was Schönes draus gezogen. Da muss ich gleich eine Hülle drum rum machen. Oh. Da kann ich ja ein schönes Thumbnail zu teasern. Ganz vorsichtig hier rein. Gutes Centering. Bisschen off auf der rechten Seite. Wenn man das so sieht. Aber... Trotzdem. Ich muss mal hier ein bisschen... Ganz präzise. Ich habe jetzt keine Pinzette geholt. Ich habe jetzt nicht gedacht, dass ich hier... Was rauskriege. Was wirklich einen Wert haben könnte. So. Tada. Klasse. Schöne Karte. An die habe ich gar nicht mehr gedacht. Aber ich habe sie gesehen gehabt im Internet. Hab mir gedacht. Die sieht total schick aus. Aber dass ich sie selber mal ziehen würde. Das hätte ich nicht geglaubt. So. Damit ist das Set auch eigentlich... Also... Ja. Von... Vom Wert her glaube ich habe ich es raus. So. Dann gucken wir mal weiter. Glaube ich zumindest. Ihr könnt mich auch gerne korrigieren. Aber ich glaube das war eine der teureren Karten. Kann auch total jetzt daneben liegen. Aber bei Mewtwo eigentlich nie. So. Was haben wir denn noch? Eins, zwei, drei, vier. Meine Kamera zeigt übrigens gerade an, dass sie langsam alle geht und blinkt. Mal gucken, ob wir das hier noch heute schaffen. So. Ich habe noch Kampfenergie. Wir haben die Eilbrutmaschine. Die hatte ich heute auch noch nicht. Sonnenfeld. Den hatte ich beim letzten Mal glaube ich viermal drin. Dann haben wir wieder Spark. Ich glaube jetzt hat die Kamera ein bisschen verrutscht. Dann haben wir wieder Carpador. Griffel. Meltern. Alles bekannt. Alles bekannt. Shiggy ist uns bekannt. Navitaub hatten wir noch nicht. Schanera. Okay. Jetzt auch mal als Reverse. Und wir haben als seltene Melmetal als Holo. Ich glaube die habe ich aber schon. Die kommt zu den Tauschkarten. Falls ihr sehen wollt. Er kann schön den Schmetterschwung und eine Kopfnuss kann er euch geben. So. Wir haben noch drei hier vor uns. Wie gesagt. Jetzt wird es lustig. Jederzeit kann die Kamera unterbrechen. Und vielleicht kriege ich es nicht mal mit. Denn seht ihr nachher nur noch eine Abmoderation. Bei der ich mich dann entschuldige. Warum auf einmal das Video abgebrochen ist. Und vielleicht sage ich euch dann noch was ich gezogen habe. So. Eins. Zwo. Drei. Okay. Die nehmen wir natürlich als vierte mit. Haben wir noch eine Faustermarke. Wir haben Fasersnob. Habe ich noch nicht. Das ist gut. Schön. Dann haben wir mal ein Logmodul. Das brauche ich nicht mal mit dem Fokus sehen. Dann haben wir Pupita. Kamaub. Schönes schlafendes Artwork. Ein fettes Radikal. Auch schön. Das ist auch schön. Dass wir mal die Karte hier so gedesignt haben. Dass sie nicht das normale Radikal genommen haben. Navitaub. Lavital. Auch sehr schön. Zatu. Ne. Natu. Natu. Zatu hatten wir noch nicht. Oder doch am Anfang. Ah. Kann sein. Oh. Bisaflor als Reverse. Holo. Schön. Ich glaube als Reverse habe ich sie noch nicht. Nur als Holo-Karte. Fokus. Und unsere seltene ist. Ah. Turtalk. Den habe ich schon. Aber. Zeige ich euch trotzdem mal. Wartet. Ah. Mal jetzt fokussieren. Aber die originale Hydro-Pumpe kann er wenigstens einsetzen. Hätten wir jetzt eigentlich nur Glurakrim haben müssen. Dann hätte es super gepasst. Ja. Zwei haben wir noch. Ah. Das mit dem Mewtwo. Das. Das gibt Endorphine. Das wisst ihr. Wenn man so ein. Ah. Mewtwo ist eigentlich immer ein Garant für Spaß. Oh. Gucken wir mal jetzt. Ah. Jetzt habt ihr sogar mal die Code-Karte neu gesehen. In eins, zwei, drei, vier. Es blinkt immer noch rot. Wir haben Psycho-Energie. Stalos habe ich noch nicht. Schön. Wusste gar nicht, dass es den gibt. Jetzt haben wir Zatu. Jetzt ist er da. Lammus. Jetzt kommen hier die ganzen Weiterentwicklungen. Das ist ja schön. Na. Glumanda ist keine Weiterentwicklung. Da könnte man Glutexen mal gebrauchen. Evoli. Schön. Nicht nur jetzt strahlend, sondern auch das Normale. Kamaupp. Radikal. Ich habe jetzt gerade gar nicht nach den Ditto geguckt. Muss ich im Nachgang mal schauen. Dann haben wir Navitaub. Oh. Hytera. Habe ich auch noch nicht. Schön. Die Weiterentwicklung von Charnera als Reverse-Holo. Sogar auf der Arena, wenn ihr das sehen könnt. Es ist aber eine rote Arena, glaube ich. Also wertlos. So. Und unsere seltene ist Relaxo. Schön. Ist zwar nur eine einfache Holo, aber die habe ich noch nicht. Relaxo kommt bei mir auch in einen Sleeve. Oder für die Deutschsprachigen unter euch in eine Hülle. Wir wollen ja nicht nur Anglizismen hier verwenden. Wir sind schließlich bei YouTube. Hier gibt es nur intellektuelle, deutsche Grammatik und Orthographie. So. Unser letztes Pack. Genießt es. Denn ist unsere gemeinsame Zeit dann langsam rum. War noch lang genug heute. Ich denke, wir kratzen vielleicht an die 20 Minuten. Wenn ich bearbeitet habe, aber sind es bestimmt ja nachher nur noch, keine Ahnung, fünfe. Vielleicht nur dreie. So. Eins, zwei, drei, vier. So. Es geht los. Letztes Pack. Hat Metall. Hat ein Lunarstein. Hat nochmal Charnera. Kann mich bald totschmeißen damit. Wir haben Bisa Knosp. Wir haben Weberack. Den hatten wir bestimmt auch schon tausendmal. Nochmal Pikachu. Den hatten wir noch nicht so häufig. Dusselgur. Auch nicht häufig gewesen. Reislaus. Zweites Mal. Bisa Sam. Schön. Oh, Lamus als Weber Solo. Habe ich noch nicht. Und unsere letzte Karte für dieses Pack heute ist. Nochmal Mel Metal. Oder Mel Metall. Gut. Ist okay. Ich beschwere mich heute überhaupt nicht. Ich habe so eine geilen Karten drin gehabt. Ihr könnt ja mal schauen. Das sind jetzt die, die ich in der Sammlung hinzufüge. Und sowas da mit drin zu haben. Und auch nur eine V-Max-Karte. Das lässt das Herz höher schlagen. Ich bin zufrieden. Ich freue mich vor allem total über diese Spielunterlage hier. Die ihr gesehen habt. Das ist Wahnsinn, was man da in diesem Set hier drin gekriegt hat. Wenn ihr es bekommen könnt. Ich würde euch das total empfehlen. Es sind acht Booster-Packs mit drin. Es ist eine Holo-Karte mit drin. Okay. Ein Pin. Ja. Gut. Code-Karten für das Spiel, wenn ihr spielt. Und es ist eine Matte mit drin. Und ich weiß gar nicht, was ich jetzt bezahlt habe. Aber wir sind noch in einem sehr normalen Preisrahmen gewesen. Und dafür so eine Sachen. Wenn ihr ein Mauspad braucht, könnt ihr auch das als Mauspad verwenden. Gut. Ich danke euch vielmals fürs Zusehen. Ich hoffe, wir sehen uns in nächster Zeit wieder. Macht's gut. Und ciao, ciao. Ja, Leute. Hier nochmal ich. Ich habe doch eine Karte, die mit Ditto zu tun hat. Jetzt habe ich das Problem. Die Kamera ist ja komplett aus. Und ich möchte euch einfach nur mal ganz kurz hier zeigen. Ich habe es selber auch noch nie ausprobiert. Man müsste jetzt hier die Karte abziehen können. Und es kommt... Tada. Es ist Ditto. Unglaublich. Ja, jetzt habe ich hier so eine Fake-Medizia-Karte. Ich wollte es euch nur einmal zeigen. Vielen Dank nochmal fürs Zusehen.